Musik Hallo und willkommen zur vierten Ausgabe von Wermelskechen TV Magazin. Und endlich ist es soweit, der Winter ist auch im Bergischen eingekehrt, es ist knackig kalt und es ist Kaiserwetter. Und Kaiserwetter war es auch, als die Jecken aus Davacousen sich getroffen haben, wo auch anders, natürlich bei Schrei Ilse. Und es war alles da, das Dreigestirn, die Altstadtgarde, die Jeckenweaver, die Grunewalde, Leipziger allerlei, ich meine gesagt Davacousa allerlei, alles was im Karneval Rang und Namen hat. Super Veranstaltung, wir haben ein paar tolle Bilder. Für euch. Ich stelle dann dreifach Davacousen, die Birke Wieber, die Altstadtgarde, die Altstadtgarde, die Altstadtgarde, die Altstadtgarde, die Altstadtgarde, die Altstadtgarde, die Altstadtgarde. Ich stelle dann auf die Altstadtgarde, die Altstadtgarde, die Altstadtgarde, die Altstadtgarde. Und es tanzt, tanz, 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 In diesen Tagen hat sich ein Mitglied des amtierenden Dreigestirns entschlossen, sich politisch zu engagieren. Das ist im Dabakuser Karneval nicht ganz so gut angekommen, weil das auch noch massiv beworben wurde. Und dann haben wir auch die Printkollegen vom RGA darüber berichtet. Eine Stellungnahme dazu wird es nicht geben. Bis Aschermittwoch gibt es für das Dreigestirn in diesem Bereich einen Maulkorb. Denn Karneval ist Karneval und Politik ist Politik. So muss Andreas Müsner und Zukunft Wermelskirchen mit seinen neuen Projekten warten, bis Aschermittwoch ist. Denn in Darbringhausen hat ganz klar der Karneval das Sagen. Es tut sich einiges auch in der Gastronomie in Darbringhausen, was für die Darbringhausen natürlich ganz wichtig ist. Das Hotel zur Post war bis dato verweist. Aber nun ist dort wieder ein Grieche eingezogen und wie man von den Darbringhausen hört, auch sehr, sehr gut angenommen worden. Das muss auch so sein. Gerade im Darbringhausen Karneval ist man ja so ein bisschen darauf angewiesen, dass man da eine schöne Hofburg möglicherweise errichten kann. Die aktuell im Markt ist. Darüber hinaus wird auch im Gasthaus zur Ecke renoviert. Und was dort entsteht, ist noch nicht ganz klar. Gerüchteweise soll ein Teilhändler kommen. Die Telegrafenstraße in Wermelskirchen bleibt im Fokus des Interesse. Nicht zuletzt wegen den jüngsten Diskussionen zur Polizeiwache. Die es natürlich nicht mehr geben wird. Denn es sind ja auch nach wie vor Beamte vor Ort, die allerdings in der zweiten Etage des Rathauses beheimatet sind und mit dieser Position nicht ganz glücklich sind. Insofern begrüßt die Kreispolizeibehörde eine Unterbringung hier hinter uns im ehemaligen Stadtcafé. Dadurch wird die Polizei natürlich für den Bürger etwas präsenter und der Bürger fühlt vielleicht etwas mehr Sicherheit, wenn er hier das Büro direkt vor Augen hat. Nach wie vor gibt es natürlich Ansprechpartner hier in der Stadt, was das Thema Polizei angeht. Und Dorfscheriff Herr Breyer ist natürlich nach wie vor hier erreichbar. Ja, hier steht gerade das Ordnungsamt der Stadt Wermelskirchen. Und was ist dazu zu sagen? Nicht jeder ist glücklich mit der Parksituation. Die einen sagen, es wären zu wenig Knollen, verteilt die anderen zu viel. Jetzt hat sich ein Handwerksbetrieb, nämlich die Firma Türk, noch einmal beschwert. Man hätte ja eine Sondergenehmigung zum Parken und hätte trotzdem eine Knolle bekommen. Und zwar in diesem Fall in der Schillerstraße. Dort ist wohl ein bisher ausgewiesener Parkplatz nicht mehr als solcher gekennzeichnet gewesen. Das hat man übersehen und eine Knolle bekommen. Insofern hat möglicherweise das Ordnungsamt recht. Aber das Thema bleibt natürlich für Handwerker immer. Ich muss nah am Geschehen sein, habe eine Sondergenehmigung und muss trotzdem manchmal mit Knollchen rechnen. Zu den Veranstaltungen. Wir machen schon mal einen Blick auf die nächste Woche. Da gibt es unter anderem am 29. eine Premiere-Lesung und zwar mit Linus Geschke, einem Krimi-Autor. Und zwar wo? Im Filmeck in Wermelskirchen. Und am gleichen Ort, nämlich auch im Filmeck, findet die Komödie, Theaterveranstaltung, Engelchen und Teufelchen statt. Und das nur zwei Tage später, am Donnerstag. An diesem Wochenende gibt es zwei große Veranstaltungen. Und zwar einmal kommt Matthias Reuter, Kabarettist, Indikat und darüber hinaus gibt es das Neujahrskonzert des Blasorchesters Nahrringhausen. Und zwar wo? Im Bürgerzentrum um 18 Uhr mit Solist Robert Schwenk. Bevor wir diese Magazin-Sendung schließen, haben wir natürlich wie immer Werbung in eigener Sache. Ihr wisst, Karneval steht vor der Tür und natürlich auch die legendäre Karnevals-Warm-Up-Party in der Zentrale am 23.2. Und wir zählen auf euch. Wir hoffen, dass ihr Spaß und Freude habt. Und ihr wisst ja, ihr seid die Party. Und wir zählen auf euch, dass es wieder ein ganz toller Kneipen-Karneval wird am Samstag, den 23.2. Karten sind noch zu haben, aber schon sehr gut vergriffen. Also jetzt dranhalten und sich für den 23.2. eine Karte sichern. Das war Wermelskirchen-TV-Magazin. Schon ein bisschen aus der Jeckenzeit und wir sagen, Allah bis zum nächsten Mal. Sicherlich hat das Ordnungsamt... Da kommt das Ordnungsamt gerade. ... die britische Partei in Wermelskirchen mitmischen. ... die Älte 좋아. Wir finden das тур gruppe Format 24.4. Wir unterstützen das viele Ar 어떠